was geht und das ist creepy na ja willkommen zu einer neuen ausgabe von open world ich war dabei ich werde wieder auf fleisch mit dabei ist der besser ja das war mega nee ich kam jetzt online in den kopf um 180 grad gedreht werden du geangelt hast so wir hatten gedacht weil wir im moment irgendwie unseren angelspaß und dann bauen wir ein kleines angelhaus aus welchem material so machen wir das denn ich würde sagen sandstein und eichenpenis holz ich glaube das musst du gar nicht das ist halt du magst sandstein vor allem aber ja aber ich habe da hinten nämlich der sandsteinmine und da kann ich mit meiner laser hake die ich jetzt erst mal reparieren muss man macht die oder nicht zu mann eigentlich haben wir glaube ich genug sandstein aber wenn du sandstein noch fahren magst davor ist es auch nicht wir haben da holz und alles auch in der kiste ist nur falls du magst 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 es kostet ich habe mich einfach lust amus gibt getorten ambo kaputt gemacht wir machen 9 m aber wir haben noch welche wir haben noch welche auf lage ja wo haben wir die ersten anbosse hier mann ambrosia ambrosia schnauze ja ähm so einen kleinen schluck kaffee oh ja äh sonstige blöcke gelater sandstein ist bei sonstigen und sand auch ja sonstige blöcke sind alles andere das blöcke als wohnen willst du sonst sand tun mann ist das richtig ja das ist ein stein ey mann nein stein ist scheiße was magst du denn machen ähm gerade aber überlegen ja haben wir denn noch sandstein ja da sonstige kiste bist du ja da ist aber nur glatter sandstein drin und der sieht aus dem kondom drüber gezogen warte ich gebe ihn dir da ja siehst du das reicht doch nicht mann nur da 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 nemi bist du russ oder was da war da da war im jahr zu holz auch noch heutz ähm gute frage brauche ich holz hm ja brauchst du tue ich das ja tust du okay die ute hute lute so ey es wird schon wieder tun ja weit habe ich denn das jetzt gemacht eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun neun zehn lol leck hoffe ich doch dennis komm mal her du höh ne äh ne ne läst mich so zum areas hingekreuz warum wozu nimmt es 25 never min MEIN NELL! Was machst du? TÜRE! Warum da? Nee! Doch! Nein! Ich mach den Boden. Da Türe. Türe hier, fein. Ich kann jetzt eh gleich Bodyguard spülen, das ist die Creeper nicht alles weg. So, jetzt kann ich mich wieder aufregen, über warum man drei Türen bekommt. Oh, Dennis, ich hab die Türe aufgebaut. Na ist egal, man kriegt ja sowieso drei Türen. Obwohl man nur zwei braucht. Ey, Mann. Um kurz mal husten. Ey, Mann, der Hust wie so'n Knall. Hey, warum fliegt denn der Flederhaus mitten durch die Wüste? Jetzt hab ich sie getötet, die Bridge. Was soll denn der Boden werden? Aus Holz. Aus Holz? Ja. Ja gut. Okay, wir sollten uns auslocken. Drei, zwei, eins auslocken. Tot! Nö. Ey, Mann, lockt dich aus, ey. So. Ist wieder Tag, Sor. Und hier vorne müssen wir auch noch. Naja. Bleib entspannt, Sor. Daaaah. Wie... Wie ein Bib... Bib... Biborsor. Du, mein Krebs, du dreckiger... Ja. Sehr gut. Ja, geh nicht kaputt, danke. Bitte. Hm. Sand... Stein... Irgendwie schauen doch die... Diese Tintenfische schauen doch auch aus wie Spermien, oder? Mach mal drei hoch, oder? Mach mal drei hoch, ja. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich rede. Ja. Jawoll! Hauptsache, Pokémon-Battle-Text. Also hier, ähm, Pokémon-Battle-Dingens, ne? Diese Kampfmusik. Als Remix läuft grad bei mir und ist... Ey, ey, ey. Das geilste ist bei Dennis eh immer, weil er lässt die Playlist einfach während dem Zocken schon laufen, oder während dem Aufnehmen. Ja. Und wenn dann immer die geile, so richtig actionreiche Musik kommt, und wie das letzte mal, wo du einfach durch die Bretie läufst und nichts passiert und einfach... ...däääääääh! Na ja, bist du ja nun neidisch. Ey, man. Waaaysch! Gib ihm mein Zaun! Ja, genau, das wollte ich. Echt, wolltest du das wirklich, oder war das Sarkasmus? Das war sowas von sarkastisch. Sarkastisch. Im Sandkasten gelandet. Oh maaaannn. Soll ich das auch gleich machen? Was? So. So. Was mach ich denn da? Weiß es nicht. Was mach ich denn da? Hä? Was hab ich denn da jetzt gemacht? Weiß es nicht. Vielleicht hast du Krebs. Nein! Oder? Was magst du machen? Hä? Guck jetzt woanders. Was? Was hast du getan? Ja keine Ahnung! Fall Buggy! So. Eins zur Seite, eins hoch. Eins zur Seite, eins hoch. Das passt nicht. Ist doch sicher. Das ist nicht. Ist das richtig? Ja. Was ist denn los mit Dennis' Gehirn? Oh Leute, Mann. Was ist denn los? Einfach viel zu viele Sachen grad für Dennis' Gehirn. Einfach viel zu viele Sachen grad für Dennis' Gehirn. Mann! Gib mir Sandstein. Ich helf dir. Bist du grad gelähmt im Kopf. Äh nein. Ähm. Mir macht nur einer. Ich nehm immer. Ich hab ihm gesagt. Immer um zwei nehm ich ne Folge auf. Um 14 Uhr. Für 17 Uhr. Einem ReLive Kollegen, der auch in der letzten Folge hinter mir gesessen hat. Aber er meint. Ja gut. Hab ich gesagt, dass 14 Uhr ist. Da schreibe ich ihm mal. Oder nicht einmal. Dann wär ne dran. Da. An einem Jahr. Er liebt dich halt. Lass ihn doch. Miau. So. Wir sind voll die Dachdecke. Das ist halt echt so. So. Waa 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 Waaa Waa Waa quasi. Was? Brauchen wir noch traps? Komm. Ähm. Wir machen am besten. Aaaa. Zum Schluss Glas machen. Egeal. Nei. Wir machen das so. Passt aus. Paro Po. NEIN. ulously Episode 2 Das sieht so krebs aus. Was? Das sieht so krebs aus. Gar nicht. Das letzte mal wo ich so ein scheiß Ding gesehen habe, das war in der Kirche. Ey man. Sag nichts gegen mein Glauben, das verletzt mich. Ich glaube an mich, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer fass. Ja. Schau mal deine Lunge, die ist vor uns. So. Ähm. Dann machen wir das am besten mit dem Steak. Warte, ich mach mal das Dach noch fertig. Ich mach noch mit Trepsoren. Oder sollen wir das so lassen? Machen wir da drei oder? Dennis, wir sollten da noch Trepsoren hinmachen. Wohin? Gib mir mal ein Stack-Ding-Sandstein. Wohin? Auf das Dach, dann machen wir so Trepsoren. Warum? Ja, dass das so sachig aussieht. Nö. Doch. Bin der Boss, ich hab das Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Oder... So durch die Unmotiviert. Waaah. Gib mir den Zaun. Du hast den ganzen Zaun verschwendet für den Müll. Warte. Zaun. 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 Aaaaah. Bitte füüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü. Hä, jetzt war ich total verwirrt vom Kreislaufen. Jetzt hab ich behindert. So. So. Wahrscheinlich, oder? Hä, warum läuft die Musik nicht mehr weiter? Moment. Er verkrackt wieder alles, einfach der Kerl. Äh. Ups. Sorry. Ja, du darfst doch weiterlaufen. Danke. Junge, Junge, Junge. Geh mal Sandspenis holen. So, da können wir hier stehen und angeln. Das ist wunder... Wunderbar, wie eine Strandbar... Na ja. Na ja. Na ja. Kann man zu sowas geheim noch was sagen? Nein. Ihr merkt das. Oh, wie rießt das schön. So. Na ja. Na ja. In deinem Kopf geht doch auch alles irgendwie so um 10 Minuten langsamer, oder? Ja. Hä? Hä? Also ich finde, das sieht gar nicht so viel mehr dachiger aus als meins. Doch! Das sieht dachiger aus. Jungs, schreibt's in die Kommentare, ob das dachiger aussieht als davor. Nein, macht's nicht. Ich hab recht. Das einzigste, was du hast, ist... Keine Ahnung. Bei Geschlechtsumwandlungen hinter dir. Soll ich dir was cooles zeigen? Äh. Zu spät. Wie ich vom Dach flieg. Nein, ich wollte dir nur zeigen, wie Schwerkraft funktioniert. So. Hab ich schon gelernt. So funktioniert Schwerkraft. Nee, Mann. Ey. Ja gut. Ich hab gerade meine Brötchen aufs Dach geworfen. Ja gut, das hab ich. So, ähm. Na, das hier. Ja, ist klar. Ähm. Ich denke, der Hirn hat aufgehört zum Denken. Man hat die Geräte abgeschaltet. Ey, ich will gerade mal gucken, ob ich hier... Ich will das nicht so haben. Ich will das irgendwie so haben. Was redest du grad? Ja, da muss ich Sandstein farmen gehen. Ja, da muss ich Sandstein farmen gehen. Der unten fällt auch noch Sandstein, gell? Ah, du kannst doch farmen gehen. Geh farmen. Wo? Tu eff. Wo hast du eigentlich deine Sandsteinhülle? Hinten, im Berg. In welchem Berg? Der einzige Berg, den du von hier aus siehst, der mit Sand voll ist. Ah ja, der Berg. Oh. Das ist ein großer Berg. Oh ja. Also ich finde, Mann sieht Dachjäger jetzt aus. Dennis, gib mir mal... Gib mir Zaun. Zaun! Ich hab kein Zaun mehr. Ich hab kein Zaun mehr. Die hast du noch Zaun. Sicher? Nein. Arsch. Ich bin am überlegen... Ich glaube... Wir machen da Zaun. Ich glaube, der Surfer lag ein bisschen. Oder hab ich da nur das Gefühl, ab und zu? Boah, gute Frage. Naja. Hä? Ey, das Haus sieht voll cute aus. Ich glaube, wir lassen uns offen. Ja, aber wir sollten auch machen, dass uns keine Monster angreifen können. Also diese dreckigen Tintenfische, diese Sch... Hauptsache, der Junge, der war verbuggt oder was? Da kommt man gar nicht hin, gerade. Ja. Wie machen wir das mit den... mit den... mit den... mit den... mit den... mit den Zornen? Guck mal in den Sternenhimmel. Ich bin gerade an Krebs gestorben. Ja, hört ihr das? Oder seht ihr das an meiner Maus immer, wenn die... äh... wenn die so anfangen zu zittern? Dann hat er wieder seinen Zuckerschock bekommen. Nee, dann hab ich wieder 500 Nachrichten gekriegt. Hm. Wie machen wir das mit den Monstern? Dass wir uns nicht angreifen können? Lol. Wie der Zaun einfach das Wasser verbacken lässt. Warum? Wo? Ja, weißt du. So. Na gut, wenn das dann hier aussieht, sieht man das nicht, ne? Ähm. Aber wie soll... Ich will jetzt nicht so eine Wand bauen. Aber beziehungsweise, ich will jetzt hier keine Wand bauen. So. Bis hierhin. Gib mal kurz, ähm. Äh, weil... Na ja, so da halt die Angefreiheiten nehmen, das ist irgendwie Schwachsinn. Gib mal 3. Eichenholz bitte. Krrrr. Oder 1000. Ja, weil sonst können wir auch nicht mehr angeln, wenn das zu... Ja, wir könnten ja noch... Wie sieht es krebs aus? So, dann hätten wir hier seine Ruhe wenigstens. Ja, das ist ne gute Lösung. Ja, ich fall auch noch runter. Ey, Mann. Dann bauen wir da vorne noch zwei Wackelchen drauf. Ey, voll die nette Bude, ey. Und hier können wir zum Beispiel Kisten reintun und dann... Ja. ... was wir geangelt haben. Oder unsere Kisten zum... Ach, ich bin... Oh, das sah gleich weh beim Zuschauen. Oh, das sah echt gleich weh beim Zuschauen. Ah, ich hänge unter dem... Ah. Ich steh fest. Headshot. Kann ich mit dem Holz haben? Eins. Ja. Können wir halt die Fische hier reintun. Und Lillipads. Das andere, das kommt ja eh in die Enderkiste. Und dann, ähm... Geht das eigentlich... Boah. Und was schießt denn da? Ja. Hehehe. So. Ähm. Joa. Dann war das mal eine etwas ruhigere Folge, so ne Angelfolge. Ey. Das war voll cute heute. Und, ähm... Warte mal, ich hab noch... Warte, 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 warte! Ja? Ich hab noch voll die gute Idee, so. Ja? Warte... Warte, Beate... Wir hängen da noch ein Bildchen rein und, ähm, so einen Bilderrahmen. Warum? Oh, da... Ah, stand da, der Player hat's wieder aufgehauen. Rum... Warum willst du nur noch ein Bild reinmachen? Aha! Ja, die haben neben ne Spawnfalle gemacht, ist das assi. Ja... Uno? Ah, du willst Fische da rein tun oder was? Ja, da sieht es so aus. Ich fang an zu lispeln, wenn ich Fische sagen will. Dann sieht das so aus, als ob das so Penis hättest, weißt du. Neeeeee... Ja, eher nicht. Eher nicht, denn du hast Gicht. Ah, auch eher nicht. Denn du hast schon wieder mehr Gicht, als davor Gicht. So, machen wir eins hier hin, eins hier hin und eins da hin. Meinst du, die haben noch so ein geiles Fischer-Bildchen, weißt du, wo so jemand irgendwie mehr... der Kehr... der Kehr... der Kehr-Geschlechts-Wasser. So... und... so... und... sieht's aus wie so ein Haus-Mensch-Boot. Ja, dann würde ich sagen, das war eine gechillte Runde. Wir können ja mal gucken, dass wir das nächstes Mal etwas schöner machen. Was? Schöner! Aber das reicht jetzt erstmal, wir können ja noch ein paar Designs oder sowas dazu fügen. Oder vielleicht lassen wir es auch so. Je nachdem. Wunderschön. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und ihr wisst ja, schön liken, subscriben und teilt es mit euren Freunden oder Nicht-Freunden mit der Familie oder Nicht-Familie. Ihr wisst ja, das hilft dem Channel zu wachsen. Und dann würde ich sagen, haut da rein! Bis zum nächsten Mal! Bis dann! Ciao!